Sie möchten den nachhaltigen Erfolg Ihrer Kapitalanlagen planbar machen? Mit unserer Dienstleistung ApoConsult erhalten Sie ein individuelles Steuerungsinstrument. ApoConsult bietet im Ergebnis eine ganzheitliche Strategie. Kern ist die Ermittlung und operative Umsetzung einer strategischen Asset-Allokation mit fortlaufender Risikosteuerung. Die einzelnen Consulting-Dienstleistungen können Sie individuell kombinieren. Für die Optimierung der strategischen Asset-Allokation analysieren wir zunächst die Ist-Situation und nehmen eine strukturierte Investitionsplanung vor. Im Fokus stehen dabei die individuellen und regulatorischen Anforderungen. Im Rahmen des Asset-Liability-Management überprüfen wir die langfristige Finanzierbarkeit. Wir analysieren die Vermögens- und Verpflichtungsseite und betrachten die gesamte Bilanzstruktur. Die Kombination von Aktiv- und Passivseite ermöglicht eine optimierte Bilanzsteuerung. Die Umsetzung der strategischen Asset-Allokation erfolgt durch einen unabhängigen Selektionsprozess mit quantitativen und qualitativen Auswahlkriterien. Individuelle Anforderungen an den Asset-Manager werden hierbei berücksichtigt. Grundlage für die fortlaufende Risikosteuerung bilden Value-at-Risk-Analysen und die Überprüfung der Risikotragfähigkeit. Mit der Berechnung aufsichtsrechtlicher Quoten unterstützen wir bei regulatorischen Anforderungen. Ein regelmäßiges Performance- und Risikoreporting verschafft dem Anleger Transparenz über die Einhaltung von Vorgaben. Zu unserem Service zählt ebenfalls die Teilnahme an Strategie- und Anlageausschusssitzungen. Unsere Reporting-Dienstleistungen unterstützen Sie bei der Kommunikation gegenüber Gremien und Aufsicht. Stabilität für nachhaltigen Erfolg. ApoConsult – eine Dienstleistung Ihrer Deutschen Apotheker- und Ärztebank.